Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute die Kata. Hallo! Und schau mal Kata, wir haben hier einen riesengroßen McDonalds. Was ist denn da los? Oh, wie nice ist das denn? Ich will unbedingt was essen. Ich hätte gerne Pommes und einen vegetarischen Burger. Oh ja, das wäre sehr lecker. Ich hätte auch gerne Pommes und was zu trinken. Aber der sieht relativ geschlossen aus. Schau mal, man kann den kaufen für 5 Dollar. Was ist denn da los? Ich habe vorne auch noch einen Mitarbeiter gesehen. Vielleicht macht der auch gleich auf oder so. Das stimmt, ich bin mir nicht ganz sicher. Das sieht schon sehr, sehr doll trächtig da drin aus. Der sieht auf jeden Fall schon so aus, als ob er relativ lange geschlossen ist. Wir können auf jeden Fall mal hier vorne mit dem Mitarbeiter reden. Ja, tatsächlich, da vorne ist der Mitarbeiter und der sieht ein bisschen traurig aus insgesamt. Oh nein! Hey, was ist los? Hallo, ihr beiden. Leider wurde vor langer Zeit der McDonalds geschlossen. Könnt ihr mir helfen, den Laden wieder zum Laufen zu bringen? Oh, ja, natürlich! Das können wir machen. Das wäre cool. Yeah, ja. Aber das ist, glaube ich, sehr, sehr doll viel Arbeit, Katja. Als erstes müsst ihr den McDonalds kaufen und ihn aufräumen. Danach helfe ich euch weiter. Okay, wir müssen erstmal für 5 Dollar hier den McDonalds kaufen und ihn dann tiptop doll gut aufräumen. Die ganzen Spinnnetz wegmachen. Wir haben hier auch ein paar Barrikaden. Und vor allen Dingen auch die gesamte Erde hier hier rausschaufeln, dass hier alles wieder tiptop doll schön aussieht. Dann würde ich sagen, für nur 5 Dollar können wir den McDonalds hier kaufen. 1, 2, 3, 4 und 5. Und damit haben wir hier den McDonalds gekauft. Das Schild kann ich natürlich abbauen. Es wurde an uns verkauft. Und wir können anfangen, Katja, hier alles richtig, richtig, oh, schön aufzuräumen. Oh, das wollte ich nicht. So, die Barrikaden werden auch gebaut. Und, oh mein Gott, er ist riesig. Der ist riesengroß der McDonalds. Wie cool das aussieht. Ich kümmere mich um die Spinnnetze. Die kommen natürlich alle weg. Hast du auch ein Schwertchen für mich? Ich habe kein Schwertchen für dich. Sorry. Ja, aber du kannst meins haben. Dann kannst du sie wegmachen. Oh, das ist lieb. Dankeschön. Ich kümmere mich um die Erde. Ja, sehr gut. Die Spinnweben werden hier alle weggemacht. Die Erde machst du gerade weg. Dankeschön, Katja. Damit können wir den McDonalds hier tiptop doll schön schon mal aufräumen. Wir müssen unbedingt auch in die Küche schauen insgesamt. Das wird alles abgebaut. So, so und so. Sehr gut. Hier ist auf jeden Fall schon mal alles sauber. Oh, hier oben sind so viele Spinnweben. Die müssen auch alle, alle, alle abgebaut werden. So und so und so. Ich schaue mal ganz kurz hier zum Kassenbereich. Hier sieht es aber gar nicht mal so dreckig aus. Und hier hinten sieht auch alles schön aus in der Küche. Ja, das ist sehr gut. Hier wird auf jeden Fall den Mitarbeiter ein- und ausgerangen. Beziehungsweise hier auch den Mitarbeiterparkplatz. Hier befindet sich eine Kiste. Und in dieser Kiste befinden sich zwei McDonalds-Autos. Das sieht cool aus. Und die können wir ja für 5.000 Dollar kaufen. Okay, das ist auf jeden Fall sehr teuer. Aber wenn wir die haben, können wir einfach damit hier rumdüsen. Das wäre cool. Ja, das wäre schon teuer, aber wäre schon eine nice Sache. Hier ist auch noch ein bisschen Erde. Die Spinnweben von der Anzeigetafel hier werden natürlich abgebaut. So und so bitte alles abbauen. Sehr gut. Und damit ist der McDonalds hier schon tiptop doll schön aufgeräumt. Das sind, glaube ich, hier die letzten beiden. Oh, zack. Sehr gut. Ja, ich glaube, auch sieht wieder tiptop aus. Ja, das gefällt mir richtig, richtig, glaube ich, gut. Dann jetzt auf jeden Fall zum McDonalds-Mitarbeiter. Ich bin sehr gespannt, wie sie uns helfen wird. Und hier den McDonalds wieder eine tiptop doll schön zu bekommen. Wir brauchen auf jeden Fall auch richtig, richtig doll viel Kundschaft. Wir brauchen auch einen Koch und Bedienung. Der McDonalds gefällt mir sehr gut. Ich werde an der Kasse arbeiten. Oh, danke schön. Ihr müsst nun das Menü aufstellen und die ersten Gäste bedienen. Burger, Pommes, trinken. Ja, ja. Wir können so Soda-Automaten natürlich aufstellen, zum selber befüllen. Wir können die Getränkautomaten vielleicht genau hierhin platzieren. Da können sich die Gäste immer so viel nehmen, wie sie möchten. Und wir können hier an der Anzeigetafel schon mal die verschiedenen Burger schreiben, die wir hier anbieten in unseren McDonalds. Und natürlich noch die Pommes und Onion Rings auch noch. Oh, nein, stimmt. Das ist toll. Das gibt auf jeden Fall richtig viel, was wir machen können. Ja, ja, okay. Ich hole auf jeden Fall noch ein paar mehr Schilder und werde dann hier das komplette Menü hinschreiben. Du hast hier schon die Getränkautomaten hin platziert. Das ist sehr gut. Es wird richtig, richtig cool aussehen am Ende, glaube ich. Und dann werde ich, Kaja, hier auf jeden Fall noch ein paar Kisten platzieren, dass wir ein kleines Lager haben. Mit den ganzen Burger-Patties, mit den ganzen Brötchen, mit den ganzen Salaten. Falls viele Gäste hier auf einmal kommen und einige Burger kaufen möchten, das ist sehr gut. Mhm, sehr gut. Okay, ich mache hier noch so ein paar Messer hin. Ja, ja. Dass auch jeder Koch was zur Seite hat. Und schau mal, Kata, ich habe die ganzen Brötchen mit dabei. Ich habe Salat und Getränke. Oh, wir überreicht da viele Kunden hier tatsächlich. Was ist da los? Aber wir haben doch gar keine Burger-Brater. Oh, nein. Warte, 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 warte. Ich habe hier noch einen kleinen Getränkeschrank. Der kommt hier hin. Cool, das ist nice. Dann habe ich noch weitere. Ich hätte gerne Creeper-Cola. Die Getränke mache ich mal hier rein. 63 Stück haben wir. Dann mache ich hier die Brötchen rein. Schau mal, hier unten, hier oben. Dann haben wir hier noch Fleisch und noch ein bisschen Salat. Okay, wir haben sehr, sehr viele Kunden. Was möchte der erste Kunde? Hallöchen. Ich hätte gerne einen Burger und einmal Pommes. Oh, kein Problem. Haben wir Pommes? Wir haben keine Pommes. Ich muss Pommes noch holen. Du machst den einen Burger und ich hole die Pommes. Ich mache Burger. Oh Gott. Ich hoffe, ich packe die Küche nicht auf. Kata, 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 ich komme zu dir, Hallöchen. Ich habe den Burger. Guck mal hier, bitte schön. Oh, danke schön. Der Burger ist fertig. Wir haben leider keine Pommes. Dafür habe ich angeringst. Okay, auch gut, glaube ich. Ich lege mal ein paar hier noch zum Essen mit rein. Die kommen hier rein. Okay, einmal Onion Rings, einmal Burger. Dankeschön, Kata. Hier, bitte schön. Guten Appetit. Ich mache direkt noch einen Burger, oder? Ja, sehr gut. Der erste Kunde hat schon sein Essen. Sehr gut. Okay, was möchte der nächste Kunde? Ich hätte gerne fünf Burger und einmal Pommes. Fünf Burger? Fünf Burger, Kata. Okay, Pommes haben wir leider immer noch nicht. Ich gebe ihm Onion Rings. Einmal Onion Rings. Burger, Burger. Die fünf Burger, die machst du. Ich habe noch eine Getränkemaschine. Die Getränkemaschine platziere ich mal hier. Da kann man sich noch ein paar kleine Snacks holen. Ja, das ist sehr gut. Komm mal, bitte schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hoffe, die passen so. Ja, danke schön, Katja. Ich mache das nicht beruflich normalerweise. Fünf Burger. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und einmal Onion Rings. Bitte schön. Und guten Appetit. Guten. Der nächste Kunde möchte zehn Colas haben. Zehn Colas? Oh, die kannst du ihm geben. Ja, ja, zehn Stück. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hey, wir sind hier kein Getränkgeschäft. So, dass du Bescheid wissen. Die werden hier abgeben. Bitte schön. Guten Durst. Sehr gut. Ja, guten Durst. Dann haben wir uns nächsten Kunden. Guten Tag. Hallo. Und sie möchte ein Burger, eine Pommes und eine Cola. Okay. Okay. Ich hole schon mal die Onion Rings. Burger, 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 Burger. Burger Brötchen. Okay, Getränk haben wir schon. Bitte schön. Und bitte schön. Bitte schön, bitte schön, bitte schön. Und die Burger. Bitte schön, guten Appetit. Und was möchte hier der kleine Frosch haben? Er hat gerne eine Pommes. Okay, Lila, wir haben leider keine Pommes, aber dafür Onion Rings. Fast auch. Einmal Onion Rings, sehr gut. Und bitte schön, guten Appetit. Wir sind erst ganz frisch hier. Guten Appetit. Sehr gut. Und wir haben erstmal alle Gäste hier in unserer McDonalds. Tipptopp, wir sind gut bedient. Die sitzen jetzt hier und essen. Wie viel Geld haben wir denn schon dadurch bekommen? Oh, wir haben schon einiges bekommen. Komm, wir haben allein hier schon 5.000 Geld. Und dann hier nochmal 64 plus 64 plus 64. Das ist richtig viel. Wir haben 5.300 Geld oder so. Wir haben sehr viel. Oha. Gerade mit den 5.000 können wir das McDonalds Auto kaufen. Ja, ich will das Autohchen kaufen. Oh mein Gott. Sie befinden sich hier vorne in der Kiste. Moment mal. Können wir uns hier einfach nehmen? 5.000 abgeben. Und damit können wir uns hier die Autohchen holen. Wie cool. Oh mein Gott. Guck dir die mal an. Oh, wir McDonalds Autos. Das ist ja richtig, richtig nice. Ja, doch, warte. Ich kann mich zu dir damit reinsetzen. Wir verdienen. Stehen bleiben. Ich kann nicht anhalten. Doch. Oh mein Gott. Na vorne insgesamt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie cool. Mit so einem kleinen McDonalds Autohchen. Wee. Das hat super, 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 super gut geklappt. Und jetzt können wir eine Runde fahren. Oh, das ist cool. So Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und einen Abo da. Schreibt meine lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.